Da, Schokolade, take two, wirst du, wirst du. Ich lebe unerhört solide und habe nie ein Rendezvous. Ich gehe höchstens mit den Eltern ein Stück spazieren ab und zu. Mein Vater sagt, so muss das bleiben und dafür schenkt er mir Konfekt. Doch nur nicht platzt er mir der Kragen, weil mir Konfekt nun mal nicht schmeckt. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will einen, den mich küssen und um den Fiener wickeln kann. Ich hatte neulich grad Geburtstag und diesen Tag vergesse ich nie. Denn alle Tanten und Verwandten, die waren mit von der Party. Sie brachten Rosen und Narzissen und Schokolade zählen schwer. Da hat's mich plötzlich weggerissen. Ich schrie, ich will das Zeug nicht mehr. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will einen, der mich um den Küssen und den Fiener wickeln kann. Ich kaufte Sonntag auf dem Rummel, für 20 fäll' ich mir ein Los. Ich hab auch wirklich was gewonnen, doch die Enttäuschung, die war groß. Denn ich gewann noch einen Teddy aus Schokolade und Marzipan. Den schmiss ich mitten in die Ecke und schrie den Los Verkäufer an. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ich will lieber einen, der mich küssen und um den Fiener wickeln kann. Ich will einen, der mich küssen und um den Fiener wickeln kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2020